Stattbesprechen mit dem Pulitzer Preisträger Schweifer Yo Freunde, was geht da zu einer neuen Folge von Spider-Man Remastered Ah Gott, da redet schon wieder jemand, man kennt es doch, war auch immer alles immer so, irgendjemand muss immer reden Hör immer zu Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er diesen Fisk eingebuchtet hat, stimmt? Ich meine, ein Gangsterboss weniger ist für alle gut Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgegründer Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Äh, nee, ich bin ein Klempfer Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und heißen Sie die Klappe Ich erkläre Ihnen mal was für Gangsterbosse Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweißen Goldketten, dass er der nächste Part ist Es wird einen Bandenkrieg geben Aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht Er war im Fernsehen und nur das zählt Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinner Rede weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen in Flange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren Oder Ihnen die Beine zu brechen Wiederhören Tschüss Perfekt Gepasst Okay, Juri ist unsere Freundin Nee, her zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst Dass ich den ganzen Mist leid bin Klingt plausibel So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Äh... Dieses Jahr gibt's keinen Ball Wir haben zu viel für Oskops Überwachungstechnik ausgegeben Das war's wert, oder? Das war's Bis vor einer Stunde Das System ist abgestürzt Stadtweit Alle Türme Warum? Es heißt, jemand habe den Haupt-Server sabotiert Und jetzt sind alle Türme offline Hm... Ein Insider? Kann sein Das kriege ich noch raus Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen Schnell Und du rufst mich? Oh... Wie nett Ich rufe jemanden, dem ich traue Die Signale wurden verschlüsselt Wir wissen nicht, was zu tun ist Uh... Ich liebe Prüfungen Dann bist du sie gefälligst Ich dachte, du vertraust mir Ach, ja... Ich seh mir mal den Turm an Das machen wir Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben Raffiniert Ähm... Achso, müssen wir... Aha... Ahja... Mhm... Man kennt sie Ein Turm ist gerade wieder online Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast Kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar Aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren Um ihn zu reparieren Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt Gut... Ich hab einen... Keine Sorge Ich kümmere mich drum Los! Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen Moinsinn! Gegner mit Nahkampfwaffen blocken Die meisten Angriffe abziehen Die noch anfällt gegen den Luftschläuter Ja... Waren... Brescheisenhung Babe... Bamm... 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 Das füll' hier mal richtig... Guter Move... ist eine Verbrechung der Brecher Marken bekommen okay Neustrufe du hast die Jury nachverstanden ist Polizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Reihe das bei der Kau bei der Kau du bist also der Spitze der Knows und Anzug an das ist ich sagte verschwinde ja okay in einer Frau von Dicken schon wieder ganz ruhig lasst sie los Brecher Marken den Nagelangriff besetzt sind jetzt nur verbrechst ein um sich herunter zu machen Aua Aua Eingespinnt Mach ich, mach ich Jo, hat wunderbar geklappt Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar Aber sicher Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast Center Kenn ich Ich will keine Almosen Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt Mit Abstand Mom hat die immer gemacht Ich hab schon lange keine mehr gegessen Ich schau mal vorbei Danke Spiderman Das heißt Spiderman Man Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können Noch ein Turm Aus erhöhter Position sondiert Spidercops sein nächstes Ziel Den zweiten Kontrollturm Du... kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht Der Chief hat Spidercops nie richtig verstanden Geht ihn für ungewöhnbar Ich bereue es bereits Halt zum Ziel? Ich kann die Terme verändern Dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen Nice Geht auch ganz easy Oh, ein Rucksack Was ist das? Volltreffer Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen Auch eines in der Nähe Was ist das? Ich weiß wie ein Rucksack Ich weiß wie ein Rucksack Oh wow Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool Ich habe vergessen Ich habe vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe Wie viel davon wohl in der Stadt verstanden sind? Finde Rucksäcke um Rucksack zu verdienen Alter... Wie viele Junge Fertigkeit haben wir auch wieder einen Machen wir Den perfekten Ausweicher Und dann machen wir das hier Mission Dann haben wir eine Moveliste Perfektes Ausweichen Finisher Schuhe Okay Noch da? Es gibt einen Überfall Ein paar Blocks entfernt Spider-Corp ist unterwegs Halb Mensch Halb Spinne Ganz auf 55 Rucksäcke gibt es? Okay Jetzt bleibt mein Miles Morales Hat mir auch sowas Was war das nochmal? Die Summeobjekte von Die Zeitkapseln da Da gab es nicht so viele Hi Leute Spiderman Knall den ab Auf der Kamera Nur mal alle dieselben Hosen Oder Pullover an Der auch so ne Hose an Der auch einfach Hier hat die selbe Hose Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs Dann kommen ja auch alle so Hosen Die sind echt sehr leicht down Nice Okay Juri Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren Du meinst Spider-Corp repariert ihn? Ich hab nachgedacht Juri Polizeiarbeit ist was für junge Männer Und Spider-Corp Nun ja Er ist nicht mehr der Jüngste Schere jetzt bitte keine falschen Hoffnungen Spider-Corp ist ab heute offiziell im Ruhestand Ach Gott sei Dank Ich brauche einen Drink Wir werden heute Abend anstoßen Juri In Erinnerung an Spider-Cops unermüdlichen Juri? Juri bist du noch da? Ich nehme an die Gefühle haben sie überwältigt Ey Piet ist so geil was Ähm Ne ist so viel Jetzt Türme enthöhlen Sammlerobjekte Herausforderung und Nebemission auf der Karte Okay Jetzt einfach muss die Türme machen Neue Stufe wieder Stufe 4 5% Schwunggeschwindigkeit Nicht gut Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren Alter Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor Ob Doktor Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Guck mal kurz auf die Karte Dein Name in den Rucksack Den haben wir erabnet Sei einfach Mathias Kein Witz Du hast dann noch zum Urlaub Doktor Wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid dass ich alles verdorben habe Ach was Pieter Kurz vor dem Durchbruch sind sie einfach nur nervös Sie werden sich beruhigen Wie immer Soll ich zurück ins Labor um aufzuräumen? Nein nein ich gehe jetzt zum Abendessen Wir machen morgen weiter Kurze Pause dann arbeiten wir weiter an der Zukunft Wenn man doch sein Optimismus verkaufen könnte Gescheiteter Prototyp Ich mixte einen Netzflüssigkeitsprototyp bei Oscorp Als Harry sein Praktikum dort machte Hat nicht geklappt Harry Osborn Ich hatte immer Pech dort Wir haben neue Fertigkeit Ich mach mal nicht mehr Nee Wir haben eh am Ende alles von daher Okay, Bubes wählen müssen dahin Dann können wir den Turm aktivieren Wuhuuiii Der ist links An alle Einheiten Ladenüberfall Brauchen sofort Einheiten beim Union Square Ja Ich seh keinen Verfreschmeldiebe Ich hab kein Spaghetti Ich hab das Viertel aktiviert So 1 und 3 Okay, ich hab den Verfreschen Okay, ich hab den Verfreschen Okay, jetzt sind wieder Aufträge Aua Man, ich geh mich auf den Sack Ich geh zwei noch an die Wand spinnen Binnen Wo Wo So, okay, wir haben alle Aufträge Hier So, komm zum finisher Warm Schön das Knie In die Schöner modischer Überfall Von mir drei Klassischen Verbrechen Bitte hier entlang 1 und 5 Schlägerverbrechen In Greenwich Wuchser Warte mal, Leute Hier standen wir doch mit Pinnen rauf, oder? Was ist der Ort? Was ist der Ort? Ne, okay, ich glaub, ne, ne, es war hier unten irgendwo Ja, wein Hier oben Oskorb Besucherbuch Als ich mich vorgestellt habe Die hätten gut bezahlt Aber bei Doktor Octavius Hatte ich die Chance Wirklich etwas zu bewegen Wir haben hier noch nen Rucksack Alle Einheiten Zeugen melden in Führung Haben einen Vorfall beim Union Square Bitte kommen Wo sind die Verbrechen? Ah, hinter uns Machen die alle Ich stelle meine Hörer Auf Kampfgeräusche ein Tut mir leid, Spider-Notfall 3 Meter Die drin Ruhig, ich hab sie Oh Gott, dankeschön Ich hasse enge Räume Nicht schon wieder Da sind sie Der Typ hat deine Trafbrügel verdient Spider-Man Wir, die gleichen Aufgaben Mach, mach Ich hole noch ein Objekt, meine lieben Freunde Aua Das ist ja massig So, jetzt Leute an die Wand spinnen Mann Was ist das? 1 von 3 2 von 3 Nein, nicht den Wow So und bam Der sich eingespinnt Jetzt aber Machen wir alle? Machen wir alle Kommen wieder 3 ne? Ja, sehr schön Mach schon wieder sehr bock Holy shit Ok, hier drin Selfie Komisch Meine Höhenangst ist geblieben Als ich meine Kräfte bekam Ich musste erst an die Spitze des Empire State Buildings klettern Ich habe noch so einen Turm Den machen wir auch noch Nein, aber hatten wir es Ja Das schmieren Verbrechen, Junge Wollen wir jetzt Da unten Alter, wie viel es geht heute Hohoho Im ersten Teil Schleifereizkost Ich war andere 2 so viel War irgendwie so ein kleines Schleifereizkost Ich muss das Auto stoppen Immerhin kein Handy am Steuer Das ist genauso wie im anderen Teil Oh Das ist wirklich dreist Bis dahin Und jetzt der Fahrer Jetzt vier Experten wahrscheinlich wieder Yo, okay Pi, Junge Dann bist du Ey! Jetzt auch vier Grenzen Wie eine Aufgabe nicht Soviel zur Gang, die nur zickzack Ich hab mir den Rucksack irgendwo Ah, hier Ich glaub den niemand gefunden hat Das ist schön Ich dachte mit Netzschwingen Liefert man Pizzas schneller aus Und das ist auch so Schnell und zerquetscht Und Leute, wir werden vielleicht Die nächste jetzt Play, so Die werden wahrscheinlich paar Olds gespielt werden Weil Ja, was soll ich sagen Vielleicht Kommt bald eine Space zu Da muss wieder Und zwar altes da aufspielten Ihr werdet schon sehen Das muss ich einfach spielen Das hab ich als Kind zu oft durchgespielt Sie müssen einfach Es ist ein bisschen Mega Bock Der nächste Tower direkt Greenwich Abdeckung abgeschlossen Okay Jetzt sind wir auch noch ein Greenwich Ja, das wird alles zu einem Da ist noch ein paar brechen Ich sag mir 3 von 5 glaube ich Ah, die 4 von 5 von Da steht uns nur ein Verbrechen hier Da haben wir schon alle Alle Freunde Kommt schon Leute Ihr schafft es gerade an der Steuer vorbei Ich hab genug Ich hab genug Weil Aufgaben geschaffen Nein Du kriegst mit nicht klein Komm rüber Aua Alter Alter Einfach Einwand So Drogenhalle Verbrechenmarken Wieder Und oben ist noch ein Hochsack Eine Blume von der Probenfeier Eine Abschlussballblume Ging im Kampf Ging im Kampf mit Fisk kaputt Symbolisiert ein bisschen mein Glück in der Liebe Im 13 Verbrechermarken Die Hochsäcke haben hier 4 von 6 Ich würd sagen, wir gehen noch zur Hauptmission Die machen wir noch Obwohl ich guck mal hier ist ein Rucksack Und das letzte Verbrechen Na aber gut Dann machen wir es noch Diebe Ich muss wer will ein Foto Der Helm Halt 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 Weiß nicht Weiß nicht Ey Wo schlägst du denn bitte hin? Das war ja Ich beende gerne Überfälle Das feste Grundschlägerverbrechen In Greenwatch abgeschlossen Mal kurz gucken Wir haben es gibt ja in diesem Spiel 3 DLCs Könnten wir die starten? Der in der ist nicht verfügbar mit der Mission Ich glaube ich die hab Wenn wir die ja auch haben werden wir die auf jeden Fall auch spielen ich habe die speicherkapazität seit damals stark verbessern können aber das design ist das gleiche dann gehen wir zurück in docks labor die haare richten wo ist dein kittel anscheinend ist doch schon weg zeit für ein bisschen spinnenarbeit haben wir etwas neues bekommen oh drei stücke ist interessant doch findet ein einfaches räumliches mapping system ein heißt auch in der richtung ganz komisch sehr cool haben wir bekommen das aber das passt das kommuniziert aus hier braucht man vielleicht ist es so funktioniert wie ich mir das vorstellen aber naja der muss das hier durch jener ach du scheiße ist es kompliziert das ist schon etwas anders wo ist diese schiebe so läuft das hier nicht durch ich wusste das geht nicht vielleicht kann man es wechseln das bringt nichts ne das hilft uns auch nicht weiter aber wieso geht das hier nicht das teil du hast ein schatz das hier also geht das alter haben wir haben es also das war schon sehr gut jetzt können dort versucht den gesamten verbrauch der prothese zu verringern acht braucht man hier aber das findet immer ein zu viel dann ist nicht gut fehlen uns aber wirklich alles beim alle effizienter und vermutlich sicherer hier guck mal kurz alles gut ja ja wir zwei neue diesen einfacher als das andere mein so was war der dr dann damit die zu weg waren naja okay sehr leidfähig aber wer weiß wie stark es sich langfristig abnutzt es könnte sich aufspalten so bitte mal ein bisschen xp hat die biokompatibilität von graphen getestet weil das sieht das sieht schwer aus nevermind aller ich bin der profi hier drin sagt euch alles auswählen so toll ziemlich hohe zytotoxizität eher kein geeignetes gewebe interface wir haben ja auch alle sehr 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 nice dann schauen wir mal hier so anzug reparieren doch was haben sie da chinesisch hätte ich gewusst dass sie hier sind woran arbeiten sie natürlich sie sind ich weiß nicht was sie packer es ist offensichtlich dafür gibt es eine erklärung hätten sie doch früher was gesagt ich wollte ja aber ich dachte wenn sich das rumspricht ist meine familien gefahren ja ich schätze wenn sie seine ausrüstung anfertigen macht das auch zur zielscheibe ja ich meine ja keine sorge ich sag's nicht weiter ja okay wer weiß dass wir sind also wenn er so dumm ist dann machen sie mal der weiß dass es bei werden sie ihre e-mails ich hoffe doch will mich nicht feuern Peter, die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugsschneider von Spider-Man, heißt das so, hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Oh, also das Beste. Und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund Otto. Weiße Spinne. Otto ist Bester. Alter. Okay. Neuer Anzug. Tschüssi, den nehme ich so ein Abjahr. Ja, das kennen wir alle schon. Den kennen wir alle schon. Wir haben einen neuen Anzug. Mit einer weißen Spinne. Sorry, bin spät dran. Was, Miles? Ich sah irgendwie so aus wie Miles. So den Haaren. Yeah. Die weiße Spinne. Ich komme. Siehst du aus, buddy? Hallo, New York. Neuer Anzug, altes ich. Erstmal zum Schwingen. Danke, ich wusste das nicht. Ha, geil, Mann. Okay, schon mal kurz drücken. Anzüge. Das ist der kaputte. Alter, wie viele gibt es? Jo. Ach, zum Beispiel. Ist das die Idee? Wir haben hier. Können wir ausrüsten? Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. die sind da ist auch das alter goldene machen ja hier kosten die braunen bar zu machen hier wir können wir und so aber gedacht ist mit denen an ja wir unten noch sehr viele ist das hier nicht das ist der klassiker 2 das rome wird die mission auswählen anzugskraft r3 und r3 verhindert genommen nahkampfschaden machen wir holen gerät angriffe gering fokus die braunen wahrzeichen die frei scheiße da ja dann werden wir auch die spiel und noch kurz den letzten rucksack und dann war es mit der zweiten folge von spider-man wurden die nicht geschlossen als er verhaftet wurde aber jetzt schon richtig alles klar die neugierige spinne aus der nachbarschaft okay aber leute ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge bei spider-man wieder bis dahin hat nur schönen tag und adios